Here we go! Morgen, ihr Schlackerbälle! Deine Schwester zerstört den Park und dein Bruder zieht statt meiner bei dir ein. Warum seid ihr nur so ne schräge Familie? Jetzt! Ich werde von der Gleichstellungsbeauftragten belästigt! Es gibt nur eins, was wir tun können. Dann los! Wenn der es kann, können wir es auch.